Cabrio oder Motorrad? Ich würde sagen Cabrio, weil es schon schöner ist auf der Autobahn, wenn ein bisschen Luft reinkommt. Selber kochen oder essen gehen? Früher würde ich sagen, eher essen gehen. Mittlerweile koche ich mehr mit meiner Freundin und es macht auch ganz viel Spaß. 4-4 oder 0-0? Schwierige Frage. Ich bevorzuge natürlich immer einen Sieg, aber ich glaube ein 4-4 ist auch für die Zuschauer interessanter. Wie ist das für die Zuschauer?